Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tabak Review mit mir Shisha Bruder Und zwar stelle ich euch heute vor den Startnow Blue Santa Fe Blizzard, eine der neuen Sorten von Startnow Das Ganze habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Esan vom Shantyshop Osnabrück Ich grüße dich Bruder, ich hoffe dir geht's gut Er hatte noch etwas in der Dose drin und dachte, komm Alan, hier, wenn du schon im Laden bist, kannst du mir mal was vorstellen Und hier die UVP, drauf abgebildet, Heidelbeeren, blaue Beeren Ich glaube, das ist eine Feige oder ein Granatapfel, ich bin mir nicht ganz sicher Und Eiswürfel Ja, als ich die Dose aufgemacht habe, also jetzt, wenn wir zum Geruch kommen Kam mir erstmal auf jeden Fall was bekannt vor Und zwar riecht er leicht wie Fantastic Caribbean Blue Alle, die den geraucht haben, wissen, wie er riecht und wie er schmeckt Und halt irgendwas anderem noch Und ich denke, das ist Granatapfel Weil ich habe vor kurzem noch Granatapfel geraucht und es riecht ähnlich Das ist auf jeden Fall eine Mischung aus Blaubeeren und Granatapfel Riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker, sehr, sehr ansprechend Ich muss sagen, die Start-Now-Sorten, die anfangs rauskamen, fand ich jetzt nicht so krass Es gab ein paar gute Sachen, die Blue-Green zum Beispiel, die mochte ich sehr Aber hier zum Beispiel die neuen Blizzard-Sorten, also da, finde ich, hat sich schon einiges getan Also die riechen und schmecken vor allen Dingen gar nicht schlecht Also der riecht wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen Ich glaube 13,90 Euro die 200 Gramm, ich bin mir nicht ganz sicher Damals waren es ja 250 Gramm, ich glaube, die haben das verkleinerten 200 Gramm So auf dem neuen Stand bin ich gerade gar nicht auf Start-Now, aber Falls ich falsch liege, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben Äh, bin nichts gegen, besser so So, das Ganze rauche ich in meiner Genie Skyline Einer der ersten, die damals rauskamen Ach, und sie liebt immer noch Und ich liebe sie Genie Zauberstab Ja, das Ganze, Start-Now typisch, also Start-Now hat immer gut geraucht Egal, welche Sorte ich hatte Raucht wirklich sehr, sehr gut Und da kommen wir auch gleich zum Geschmack, denn ich will das Video gar nicht in die Länge ziehen Denn ich habe noch eine Frage, die danach kommt Ist aber bei mir off-topic, hat gar nichts damit zu tun Also Man schmeckt auf jeden Fall eine leichte Granatapfel-Note raus Auf jeden Fall, die ist da Und dieses Fantastic Caribbean Blue Diese Blaubeere davon So leicht cremig Blaubeerig Mit einer Granatapfel-Note Das Ganze süß gehalten Schmeckt sehr, sehr gut, muss ich sagen Ob ich es jeden Tag rauchen könnte Nicht unbedingt, aber Öfter auf jeden Fall Also eine Dose kann man sich auf jeden Fall mal gönnen davon Muss ich sagen, schmeckt sehr, sehr gut Ich weiß gar nicht, ob die die 50 Gramm haben Da es auch Start-Now 50 Gramm gibt Falls ja, würde ich erstmal darauf Zurück gehen und Erstmal testen Ansonsten einen Shot besorgen Und wenn es nicht geht, einfach eine Dose kaufen Denn ich finde, man macht nichts falsch mit dem Tabak Denn es schmeckt wirklich, wirklich sehr, sehr gut Das Ganze kriegt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir Zu kaufen hier zum Beispiel Bei Shanti in Osnabrück, Johannesstraße Nochmal schöne Grüße an dich, Ersan Hast du mich, hoffe, dir geht es auch gut natürlich Schönen Grüße auch an MK Smokers, Pascal, Mike Ich hoffe, euch geht es gut Ja, das wird es gewesen sein Also Er riecht gut Preis ist top Also Preis-Leistung sowieso super Muss ich sagen Er verträgt sogar gut Hitze Muss ich gerade feststellen Weil zum Beispiel der Melo Melo Muss ich ein bisschen aufpassen Aber der jetzt Doch, der verträgt gut Hitze Schmeckt seit einer halben Stunde schon sehr, sehr gut Ja Dann soll es das zum Tabak-Review gewesen sein Noch jetzt mal ein Off-Topic An alle, die FIFA 16 spielen An alle anderen können ruhig ausmachen Müssen nicht gucken Aber an alle, die FIFA 16 spielen Falls jemand von euch Pro Club spielt Also seinen eigenen Spieler nur spielt online Und auch gerne defensiv spielt Wir haben ein Team FC Nankatsu Falls das jemand kennt Zur Basa und so Die Mannschaft Falls ihr Interesse habt Und Bock habt, bei uns mitzuspielen Ich würde mich sehr freuen Wir haben gerade angefangen Wir sind glaube ich jetzt gerade in der 8. Liga Achten Liga, ja Und Ja, wir haben zwei Stürmer halt Ich bin Mittelfeld Und wir brauchen halt Am besten noch eine Mittelfeldspielerabwehr Ja, muss nicht unbedingt sein Aber Wäre schon cool Wenn sich jemand melden würde Der gerne auch defensiv spielt Und Lust hat mit uns zu spielen Natürlich überhältst er dann alles Falls ihr Bock habt Meldet euch einfach bei mir Schreibt einfach in den Kommentaren Ich würde mich sehr freuen Und Ja, das kann es auch gewesen sein Dann danke ich Fürs Zuschauen Und Ja, bis zum nächsten Mal Haut rein, Leute